Na, super. Ich... Ich nehm gerade auf. Äh, ja. So sieht's aus. Moment, eben noch beschäftigt stellen. Ich nehm auf. Ich mach jetzt go. Es wird auf Deutsch geschaltet. Ach ja, wir müssen auch eine coole Begrüßung machen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play. Ende. Zumindest sind wir nicht neun Minuten in der Queue. Ah. Ich glaub ich... Mein Job ist der AD Carry, glaub ich. Ich kann auch supporten. Ich hab zwei Skins für Supporter. Janna und... Äh, Soraka. Ach, ja, der... Ja, komm, ich AD Janna. Draven hab ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Leech of Draven. Ich hab's doch auch gedacht, ich hab's nicht mehr gesehen. Ähm, nicht mit Jurelias, aber stimmt auch ein bisschen wieder. Ähm... AP Tristaner. Alter, weißt du, wie ihr das Damage reinhaut? Ja, schon. Ich glaub, ich geh AD Carry. Willst du, äh, Tank-Support wie... Äh, das ist aktuelles, da haben wir ein Tank-I-Support und du kannst die Gegner dann vom Farmen erwähnen. Ich kann auch ein Langer-Ton. Als Supporter. Als Supporter. Ich hab das. Mundus-Support. Nein, Mann, die macht... Der Kuh macht damage. Ich hab mal AP Sona gespielt und dann... Junge, ich hab mit meinem Kuh einen Six Half-Life gezogen. Ich kann auch ARD kennenspielen. Oh ja. Nimm die, nimm die, nimm die, nimm die, nimm Leona. Leona, Leona, jetzt. Los, hopp, ja. Ich nehm die Ash. Nein, nimm die, 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 die at 100 Stunts. Äh, Tank. Na super, äh, dann, äh, Tank. Ah, Masteries. Tee, äh, keine Ahnung, AP. Ach, ist zu spät. Okay, ich... Oh, und... Was hat man da gesehen? Nein, ich hab mal gesehen. Bei mir ist es ein Anladesymbol. Jetzt nicht mehr. Nein, der Start ist ganz schön. Leona hat die ganze Zeit nur Skype gesehen. Ha, wie geil. Kann ich auch einhauen. He. Ich scheiß auf die Elemente. Du weißt, dass ich schon aufnehme. Ja, damit jetzt alle wissen, ich scheiß auf die Elemente. Wenn mein Oberbülderwicht in Wägeer. War das denn mit diesem Geh, äh, Gein Käfig da? Ah, ne, das war der andere. Ich weiß es nicht. Wer, wen haben die da zum Porter? Support? Würde ich mal sagen, haben die Sugar. Ah, ne, 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 ne? Ah, ne, 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 ne? Alter, guck dir mal den Vegas-Kind an. Ja, super, was ne, 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 ne? Äh, wie heißt es, ist sie? Äh, entweder, äh, Mann, äh, diesen Mann, Raster, äh, Mannerkette und ein paar Wards oder irgendwas anderes? Also, und, oder, oder, diesen komischen, äh, diese Livekette da. Ich glaube, es geht auf Stein der Wallen. Jetzt aber schnell. Ne, Mannerkette hat schon was da. Ja, nimm die komischen Mana-Kette da Aber ich brauch nicht so viel Mana Lifestyle Aber ich brauch... Also, wir brauchen Wards da Da, Feen-Amulett Äh, haben wir keine Egal Ich hab ja mein Haar dicht Ab Level 4 oder 5 Wir haben kein Jungle Oh, und wieso steh ich dann hier? Und der da? Ja, man weiß nicht Was, ich soll mit Blue-Helfen? Ha, so Ich glaube, den Stand nicht, der macht mich kein Schwarm Album mal 40 mal Ich könnte es ranziehen, das macht 72 Ah, was, was, was Ah, der will Blue-Hof-Mann Ich hab's angenommen, aufgett Ja, welchen Stand, du hast 4 Äh, naja, 3 Ich hab 2 Nein, Ulti-Stand auch Und, oh, cool, festbleiben Ja, die Ulti und mein Cool-Stand Oh nein, wir haben Morde-Bot Oder Cutter Mein E hält nur kurzzeitig fest Mit Ash Solange ich den Adampeile Ja Den Adampeilhunden Äh, entweder Morde Und Ash Oder Ash und Cutter Okay, wir haben Morde Warte, ich muss meinen Critches nach der Ballen Ja, Morde Nein, wir haben Ash und Shugat, oder? Nein, Shugat war top Boah, das hab ich ihn gesagt Ich kann doch nicht fahren, ich muss den Critches nach der Ballen Komm jetzt her Scheiße, der hat mehr Critches nach Ich war auch ein Critches da Du hast mehr AD Hab ich? Ja Deutlich Oh ja Mach mich Level 2, hopp Nein Ja Hä, wo ist der Morde denn jetzt? Solo-Bot, Ash Oh doch Kida in Alles klar Best Indeed Cool Mittelstein grad nicht so gut zu laufen Was kommt noch nicht mal? Ja, Weiger Ja, Cutter, 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 Weiger Ja, das kann ich mir vorstellen Oh mein Gott, nein, er ist hier Schiebchen, aus dem Damage Naja, I'm late game Macht das eine Combo, ich bin tot Den hab ich genommen? Oh, das ist Mordi, Kaiser Der nimmt den auf Level 2 sein, hab ich Ich glaub, wir müssen, äh, wen immer fokussen? Ich glaub, Esche, oder? Esche, ja Wobei, er hat 3,4 CRP, dann würd ich lieber ihm fokussen, auch wenn er mehr aushält Oh, der hat doch gelitten, ne? Na, man braucht gleich wieder 100 Jahre, um die Russel dorn zu kloppen Hm Wo machen wir denn jetzt schon? Nein Muss schon sagen, wenn ich gleich dann soll, immer Ja, dann ist dann Ash, oder Ja, müssen wir mal gucken First Blood und Second Blood ist ja für uns, der Olaf Da, ich krieg die Rüstung gar nicht downgekloppt Und die macht mir Lass mich nur zu, Baitchen Ähm, ich hab grad nicht geguckt, ja so Ich geh jetzt bei Guck mal, wie ich hier die kassiert hat, alter Ah, stone in, stone in Er ist tot Egal, äh, ey, Junge, nicht aggressiv werden, nicht aggressiv werden, nicht aggressiv werden Oh, du hast hier Nein Oh, warte Ey, du, lass den Müll Komm mal, ja Warum? Ich hab kein Life Richtig, 120 Ich brauch 170, dann ist sie tot Bleib da Einverstanden Warte, die kommt, um mich zu holen Oh Hehehe, das Schild Warte mal, das war nicht lustig, will die Kills haben Mega, wir ohne OP Durch deine E-Pass, die krieg ich, äh, machen, äh, macht es mein Damage und ich geh jetzt bei Ich auch Guck mal, wer da ist Oh Hey Tschüss Ähm Stein der Weisen, check Schuhe Zwei Warts Was soll ich noch eigentlich für Schuhe holen? Ich, ich glaub, Ionisch, oder? Äh, Mercury's Na, okay, die bringt, gegen 4 P's Die haben 4 P's? Ja Was mach ich eigentlich? Ach, ich hab einfach zwei von den Dingern Ja, darf man denn drei mehr tun, geht Nein, Schuhe Warte mal Nuno hat mit Dorons angefangen Wollt ihr auch was davon? Ja, 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 lauft nur weg Lauf, die Schlampen Ein Gegner wurde bezüglich Einverstanden Ich freu mich dann auf Ulti Hey Ja, da kommt mich auch drauf Was fokust du? Okay, der geht jetzt gerade wirklich schnell kaputt Verdammt Ja Er ist jetzt ordentlich downgekloppt Und jetzt muss ich gucken, dass ich ein bisschen live regeneriere Du hast den komischen Stein der Waisen Du bist Harry Potter Als Frau Okay Geh fahren Die Wider ist schon wieder hier Und du machst sofort seine scheiß Rüstung hoch Ah Ich lege Das ist halt egal Ich hab grad irgendwie wiegt Nur noch mein Leben Ey, kannst du kurz sagen, wie viel live der Morde hatte? Ich hab ult Ich hab ult Die haben beide Achso, scheiß, wir hatten Guck mal, wer da kommt Renn nur mal Ich hab grad, der F-Perser einstürzt, ist aber ordentlich